Er fährt einfach mal am Standstreifen, man, alles vorbei. Nein! Er hat den Dach noch so irgendwo den Turbo aktiviert, oder was? Nee, er fährt runter! Auf Wiedersehen! Oh, hoffentlich fährt jetzt hier keiner runter. Scheiße, da steht was auf dem Seitenstreifen! Ich seh's, ich seh's! Scheiße! Ich häng auf den Draht, oder? Oh, guck mal, der hat richtig Schade gekriegt! Oder war das schon vorher so? Scheiße, komm! Oh, 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 oh! Oh, ich bin grad noch am Gas gehen, was soll ich machen? Scheiße, man! Tut´s nochmal interessant BERLIN Ich hab den auch gekrascht Ich bin der voll reinig von dem ich hab 70% Ich hab einfach mal 70 Der kommt schon wieder an Jaja Irgendwelche Rechtsduztyper noch heilt Wenn ich durch den Sound schritte Ja klar Ich überwod ich alle auswarte Oh was ist denn das? Warum stehe ich denn auf einmal weil ich gegengekomme? Komm Gib Gas Mann Gib Gas Oh was denn jetzt? Oh Gott was war das? Ich weiß nicht mehr wo ich bin Ich seh nichts mehr Du bist ja richtig abgehoben Ich weiß nicht wo ich bin Was war das denn? Das ist ein LKW redet hier vorne Oh Mann ey Ja jetzt ist ein Bus Ja aber ich hab den Anfang nicht erkannt was das war Warum bin ich denn auf einmal katapultiert? Äh Alarm Guck mal im Stream Ich seh schon man Hahahaha Ich zieh dir nach links, nach rechts Ich krieg dich, ich krieg dich Boah der brettert übelst rechts raus ey Komm lass irgendwas auf dem Seitenstreib stehen Nein bitte nicht schon wieder Oh ne Abfahrt Ne Abfahrt Komm 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 Hahahaha Alter hast du gedacht das ist ein Robi rennt jetzt Das erinnert mich so ein bisschen an damals Lead for Speed Äh nicht Lead for Speed Ähm Have a nice day Da habt ihr auch so ne Drabi rennen gemacht Mit einem Kamera schneller als der andere Das war einfach zu geil Toll die Ramm Einfach Einfach mal kurz weggeschoben Der ist schon um sein Stück Ja Ich bitte Hacke deine Karre schneller als meine in der normalen Strecke Du brauchst mal eine Panukti im Unfall Hahaha Wieso steht denn jetzt hier Hahahaha Was hast du gemacht Hahahaha 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 Ich hab direkt drüber Hahahaha Was wir jetzt nicht schaffen könnte irgendwer dir vorbeizuziehen nochmal Es ist so haarscharf, ey. Komm schon, wo bist du, wo bist du, ich bin dazu neben dir, den Außenfahrt kannst du nicht nehmen, da bin ich schon. Oh, wenn sie aus dem Pkw rein gemacht. Du bist immer noch am Seitenstreifen. Ja. Aber du wirst schneller. Ich muss aber Seitenstreifen. Nein. Boah, das musst du dir angucken, ey. Was ist das hier, was ist das hier? Oh Gott, ne Baustelle. Oh, komm, fahr durch. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich bin ganz rechts dollhieber. Bei mir hat sich Ina verkeilt. Oh, ist das scheiße. Motorfehlfunktion, nein, geh an, 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 geh an. Oh, er geht wieder. Oh, das war 30. Oh, das war 30. Mit deinem Drücken, ey. Oh, Motorfehlfunktion, nein, geh an, geh an, geh an, geh an, geh an, geh an. Nein, nicht jetzt, ey. Da ist er, da ist er ja schon. So, äh, richtig einparken. Da, so, Außenansicht. Ich kann das doch nicht, ich kann das doch nicht. Oh, fuck. Ich krieg die Scheißkiste nicht rum. Oh, will doch verkackt. Belenkt halt nicht, glaube ich. Wieso nicht. Ohohoho, ich steh so schräg, das geht gar nicht. Oh, Mann. Oh, kacke. Ja. Ja, mysig. Ja, top. Ich krieg die Scheißkiste.